Johoho liebe YouTube-Community und willkommen zurück zu einer neuen Folge mit dem Friedrich. Hallöchen! Genau da ist er und mir, dem Tosny. Wir spielen heute Multiteam-Deathmatch auf Raid in den Hollywood Hills. Und wir sind immer noch zu zweit. Hey! Aber... Ich finde es nicht schlecht. Ja, es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hör mal gucken. Ich meine, hier mal gleich wieder einen Snacken. Oh, was? Okay, das war schon mal mega schlecht, der Anfang. Boah, Gott. Dankeschön. Ich bin auch mal tot. Cool. Die Innenrasten aus. Ja? Die geben sich die Kante und so. Nein! Oh, wie kann man so... Boah. Ey, ich bin tot. Ja, ich jetzt auch von hinten. Von hinten, ey! Ich muss gegen die Vorne kämpfen und werde von hinten gesnackt. Ey, ich habe noch keinen Abschuss. Ne? Na gut, ich habe einen. Und jetzt bin ich schon wieder tot. Oh, wir haben ein neues... einen neuen Mitspieler. Young Died. Das ist schon mal super. Scheiße. Ich nehme jetzt erst mal die Pläne-Waffe wieder. Die ist jung. Welche? Die PDB? Genau. Die ist wirklich geil. Da schießt du aber nicht auf weiter das Tanzen. Ne, da schießt du nicht genau. Da brauchst du erst dann Aufsätze und sowas alles. Bei mir schießt du... Mittlerweile gut, aber ich kann auch einfach mal verkacken. Ey! Was haben die denn für Waffen, dass die so schnell schießen? Ich weiß es ja auch nicht, ey. Ach, Wechsel zu Neuem Host. Ey, ich habe einfach mal 2 zu 7. Das kann man ja nicht angehen, ey. Das ist der größte Beschiss auf Erden, ey. So, auf jeden Fall sind wir wieder hier zusammen. Oh, ist irgendwie ein bisschen kleiner geworden alles. Wie kleiner? Naja, also ein Team ist schon mal weniger. Ein Team ist komplett rausgeflogen und das andere hat bloß noch 2 Leute. Auch nicht schlecht, wa? Joa. Finde ich ganz gut eigentlich. Hoffentlich sind die wegen Hex rausgeflogen oder so. Kaum sind die nicht mehr drin, mache ich einen Abschuss. Ist ja komisch. Nein, ich hatte gleich schießen sollen. Wo ist denn der? Ähm, pfff, weit weg. Far, far away. Ich sehe gar keinen mehr. Die sind aber eigentlich alle bei dir. Oh, der lag auf dem Boden, alter. Völlig im Dunkeln. Ja? Wichskind, ey. Ey, wirklich. Das sind die Leute, die nichts können. Einfach auf den Boden legen. Ey, ich mache keine Abschüsse. Ich kriege einen Raster. Boah. Nein, 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 nein. Ey, ich habe 0 zu 8. Noobinub, noob, noob, noob. Ey, ich kriege einen Anfall. 0 zu 8? 0 zu 9. Loll, war da einer? Ja, und jetzt leh mal einen Doppelabschuss. Die sind die beiden hinterher, heran die drin. Ah, gut. Ey, die rennen die auch gerade beide hinterher, aber ich habe keinen von den beiden gesnackt. Ist das gut? Ich habe jetzt immer drei Abschüsse gemacht, sehr schön. Naja, so läuft das doch, ne? Halbwegs. Da unten hast du noch einen Krieg. Naja. Haben die gerade gerettet, ne? Oh, was? Hat der dich auch gekillt? Ne. Ne, mich hat, glaube ich, eine andere gekillt. Ich bin ja nicht hinterhergelaufen. Ich habe ja da verteidigt, dass die dir nicht hinterherrennen. Die haben rausgepimmelt, komm, ey. Ey, aus allen Penisecken, wirklich. Ja, Mann. Das geht echt gar nicht, ey. Ich muss mich gerade mega konzentraten. Wo sind die denn jetzt hier schon wieder? Ah, da hinten ist einer. Ey, ich schieße auf welche, die vor mir sind. Ja, zwei Leute. Weiter weg. Einmal kommt so ein Penis von rechts. Gieß mich einfach ab. Mhm, mhm, mhm. Kenn ich irgendwoher. Ach, Gott. Das war eine Nubi-Reaktion, da war ich selbst schuld. Auto natürlich noch hoch, ja. Ah ja, das ist immer cool. Nein, von hinten. Ey, wir sind ja so schlecht. Ey, wir sind mega schlecht. Der andere ist gut von uns. Ja, der kann sich, na ja, kann sich halt sehen lassen, ne? Er ist halt positiv. Aber ich will auch noch positiv werden. Das ist mein großes Ziel in der Runde. Wo sind die denn jetzt schon wieder? Halt, die Map ist zu groß. Okay, eigentlich nicht. Aber es ist drei Küche in Fäulung. Nein. Ne, du holst auf. Vierter. Oh. Diese Schockladung, Alter. Oh. Jetzt erst mal eine Drohne. Sehr gut. Gönn dir mal. Wir haben jetzt übrigens den gleichen Stat, ne? Ne, ich bin besser. Ne. Das glaube ich nicht. Radar offline. Oh, jetzt hat mich einer mit so einem Fell getötet. Ey, der hat mich auch direkt angeschossen, ey. Als der Fall in mir explodiert, ey. Oh, Mann! Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Hunter-Killer-Drohne hattest du, oder der andere? Ne, ich hab eine Hunter-Killer-Drohne. Nice. Ey, jetzt werden meine Vorräte wieder weggenommen. Feindliche Fernlenkladung? Ja, das ist eigentlich meine gewesen. Ach so. Das ist gut. Oh, sind die hier, die Spacken? Da ist einer. Ach, nice. Drohne. Alter, wir verkacken hier gut, ne? Die haben gleich gewonnen. Nein! So ein fucking Wächter! Oh, war das knapp. Ich wäre fast gestorben, ey. Wann haben die gewonnen? Bei wie viel? Weiß ich nicht genau. Ich muss erst mal den Wächter zerstören, ey. Ich habe ihn schon zerstört. Ach so. Alles easy. Na, wo sind sie? Oh, geil. Zwei auf einmal gesnackt. Drohne. Voll in den Kopf gesemmeltes Ding, ey. Oh, ich wurde mit einem Pfeil angeschossen. Nein. Blutrünstig hatte ich, alter Schwede. Ich habe sogar Vorräte. Noch eine Drohne. Nein, jetzt werden meine Vorräte bestimmt gesnackt. Planeten bis 100? Ich weiß nicht. Ich glaube, so lange geht es gar nicht. Ich glaube, bis 75. Alter, das lohnt sich ja gar nicht. Das ist eine Konterdrohne. Ne, ne. Hunter Killer. Den habe ich abgeworfen. Hast du den abgeworfen? Ich habe den vollen abgeworfen. Na, wo sind die hier? Nein, danke. Ich bin der letzte Abschuss. Fickt euch doch alle, ey. Ich bin neutral. Ey, Mann, wirklich. 1,0. Ich werde nur, ey, ich wurde nur abgeschossen, die Runde. Ja, ich dir auch. Guck mal, ich habe ihn angehittet und dann trifft er doch wieder. Alter, Schwede. Okay, Leute, das war's für die Runde. Ja, das war's. So, tschö, ich werde euch nie wiedersehen. Tschö. Wir sehen uns dann. Ciao. Oh Mann, ey. Geht erst mal wieder hoch. Ja, mach mal. Dann beende ich mal die Aufnahme.